Das ist der Teutoburger Wald, den Tacitus beschrieben. Das ist der klassische Mowast, wo Varus stecken geblieben. Hier schlug ihn der Gerusker Fürst, der Herrmann, der edle Recker. Die deutsche Nationalität, die siegte in diesem Drecker. Wenn Herrmann nicht die Schlacht gewann mit seinen blonden Horden, so gäbe es deutsche Freiheit nicht mehr. Wir wären römisch geworden. Gottlob, der Herrmann gewann die Schlacht. Die Römer wurden vertrieben. Varus mit seinen Legionen erlag. Und wir sind Deutsche geblieben. Oh Herrmann, dir verdanken wir das. Drum wird dir, wie sich gebührt, zu Detmold ein Monument gesetzt. Absehler, subskribiert.